Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate und heute geht's weiter gegen Buzz beziehungsweise Mr. Game & Watch in klein Yeah Was? Ernsthaft? Was? Was war das? Ja und, ist mir egal, ich hab Bomberman Gucken wir mal, wo uns die Röhre hinführt Ah, da kommen wir nicht lang Warum hält der uns dann auf? Doppelt aufhalten oder was? Wo war denn das? Ach, da unten Oh Gott, nein Hat mich aufgehalten Ah, hier unten haben wir noch einen Charakter Ach nee, da kam er ja noch nicht ran Hier haben wir auch nichts mehr Hier haben wir auch nichts mehr Ja, ich könnte den Schalter drücken Ich will ihn aber irgendwie noch gar nicht drücken Aber doch, ich mach's jetzt mal Halt, stopp, wo geh ich denn hin? Beziehungsweise, was haben wir hier? Ausflugruinen Hier kannst du Trupps aus Geistern zusammenstellen Und die Schatzsuche auf Schatzsuche schicken Ausflüge dauern stets eine Weile Doch wer durchhält, wird oft reich beschenkt Ja gut, dann Wer geht auf Erkundungstour? Wir nehmen Don Resetti Wir nehmen einen niedrigleveligen Ähm Nach Status, nach Beste Level Und hier ist auch doof, ne? Mh, bester Rang Joa, was hat er denn? Er hat gar keine Angriffskraft, ne? Sie, ja Er auch Oh, 3116 Ja, den packen wir schon mal dazu Sagat packen wir auch dazu Und jetzt nehmen wir noch irgendwie so einen Geist Ja, wähle bis zu viel Schatzsucher Los geht's Na dann mal Abmarsch Noch 2 Stunden Okay Joa, das tut erstmal seine Zeit dauern Aber wie komm ich denn da hin? Ähm Wo muss ich denn jetzt lang? Ich glaub hier lang, ne? Hä? Ne Wo war denn jetzt der grüne Schalter? Ach, da unten Ach, ich bin komplett falsch gelaufen Da lang Morag Von Xenoblade Chronicles 2 Och, und ich mag die Musik jetzt schon Dem 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 Los Na komm hoch Wir siegen den Hauptgegner So So Okay Und weg Ach Xenoblade Chronicles Ach Das träum ich schon wieder Und Morag Och geil Ja Es gibt nichts schöneres als Morag dabei zu haben Bisa Floor Und wir kämpfen natürlich gegen einen riesen Bisa Knosp Jetzt stelle ich mir gerade die Frage Haben die echt hier die Weiterentwicklung der Bisa Ja, haben sie Oh 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 Nein Nein Alter Wie geht der denn ab Was ist mit dem verkehrt Hat der irgendwas genommen oder so Ich weiß es ja nicht Bereit Los Komm Komm Und weg Komm Jawohl Boah Boah War ja auch mal Zeit ey Aber ein Bisa Floor bekommen Aber warum machen sie die alle so ernst gezeichnet Wo sind diese süßen Nintendo Zeichnungen hin Und dann machen wir noch mal die Maul Bevor wir den Knopf drücken Gegen Donkey Kong Wo ist das hier so ernst gezeichnet Bevor wir den Knopf drücken Wow Na Wow Nein Komm weg jetzt hier Alter der ist ja fies Der ist ja gemein Manchmal kannst du Lernjuwelen und so weiter Blablabla Na komm weg Und weg Jawohl Meine Güte War der hartnäckig Lückenfüller Sind schon einige nette Sachen dabei Die man so verwenden kann Und dann haben wir ihn den Knopf Den grünen Knopf Und damit ist der Punkt frei Für eine andere Welt So jetzt muss ich erstmal gucken Kann da runter Da könnte ich lang Boah ich hab jetzt wieder so viele Wege Dann mal das Ich glaub da nehme ich dann den Weg Und kämpfe gegen Squitter Also Diddy Kong Gesinktes Lauftempo für dich Hm super Schleckenlauf Nein Alter Diddy Mal ganz im Ernst Mal ganz im Ernst Unter uns Das geht so nicht So Komm her Und weg mit dir Na komm her Oh das gibt's nicht Der kann sich echt immer wieder retten Oh komm Geh baden Ah danke Was für ein Hammer Hammer Der Fluss unter der Stage Hat eine stärkere Stürmung Aha Hab ich gemerkt Slashman Ja komm den hauen wir jetzt noch rein Drei Megamänner Nein Alle mit Slash Nein Es klebt Der Boden senkt Tempo und Sprungkraft Ausdauersmash Reduziere die KP der Gegner Na super Na komm und der nächste Und weg Damit haben wir Slashman Und können uns noch den nächsten Smash Camper holen Ich wollte gerade sagen Wie Kämpfer Das sind die Smash Camper Und das ist Donkey Donkey Kong Ah nein Und weg komm Ah jetzt komm Weg komm Hau ab Oh du blöder Affe Ja geht doch Geht doch Donkey Kong Schließt sich an Oder Donkey Kong Kämpft mit Wie auch immer Ich werde es nie lesen Äh nie verstehen Oder richtig lesen Oder richtig kommunizieren So die Brücke Reparieren wir noch Reparieren wir noch Oh the Boss Dann würde ich mal sagen Liebe Leute Wird es Zeit Für den nächsten Herausforderer Und das ist Wario Ich bin Wario So Cool Er ist rausgefahren Okay So macht es natürlich Am meisten Spaß Wenn er dann rausfährt Ich bedanke mich Jemals ganz herzlich Fürs Zuschauen Und sage bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Truhaut rein Tschö tschö